Hallihallo liebe Leute so jetzt versuche ich es ein bisschen anders und zwar erstelle ich jetzt ein Video das nehme ich einfach mal von der Playstation 4 aus gleich auf und ja könnt mir ja sagen jetzt dann noch was ist für euch besser Video Form oder Streaming ja wie zuvor werde ich auch da mit Kingdom Hearts Dream Drop Distance ein bisschen spielen und ja ich habe das Gefühl ich habe nicht gespeichert und somit ist auch alles was ich gemacht habe im Stream sozusagen kaputt dann wollen wir mal anfangen das Intro müssen wir aber jetzt nicht schauen wenn ihr das wenn ihr oder doch diejenige für die die gerade nur dieses gerade als erst mal auf dieses Video gekommen sind können gerne lasse ich das Intro noch mal laufen ja ja ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann werde ich mich mal so weitermachen. Hey, ist das wie du es möchtest? Xehanort, willst du mich insinni? Ich bin. Hey, du erinnerst dich jetzt, oder? Warte, hast du nie vergessen? Das ist nicht mein Name. Ich bin nicht Xehanort. Was? Mein Name ist Ansem. Aber wie weit kann ein Raft gehen? Wer weiß. Wenn wir müssen, wir denken von etwas anderes. Riku, eine Wälder kommt. Ich weiß. Die Wälder sind zu tief. Fuhren die Wälder. Genau. Riku! Ich bin gut. Was ist das? Ha 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 ha! Oh, er war richtig. Die Wälder sind hier. Es ist Zeit. Wir haben die Wälder. Ursula? Aber wie? Ist das die Test? Komm schon! Du kannst es später arbeiten. Alles klar! Entschuldigung, Lieblings. Aber ich will nicht für diesen Trick fallen. Tja, als nächstes der Boss gegner gleich Ursula. Ähm, das überspringen wir mal. Denn kämpfen ist in diesem Spiel echt keine Kunst. Jetzt... Ah, jetzt hat sie voll gerade selbst entschieden. You dare toy with me! You insignificant fool! Hey! 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 Tja. Freeze! Krieg! Ja! 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 Tja! Vikings! жизidez! Ja! Hey! Ha! Hey, ha! Ja! Auf Wiederschauen, Ursula! War schön, aber kurz mit dir. Ah! Ghaito! Ja, das sehen wir mal an. Das ist eine große Frage, was die Essenz der Menschheit, die uns schützt, oder uns empfiehlt? Die Antwort, er glaubte, wird in der Keyblade War gefunden. Was, wenn die Herausforderungen unserer Vergangenheit in unserer Zeit waren, in Wahrheit, eine Art von der Licht und Schmerzen, die in uns alle kämpft? Xehanort musste wissen, also, so he renounced his duties as Master and chose the Seeker's life. Since then, in many a guise, he has glashed with Protectors of the Light, Keyblade-Wielders like yourselves. And mark my words, he will trouble us yet again. We must be ready. Which is why you, Sora, and Riku are to be tested for the mark of a true Keyblade Master. No doubt you fancy yourselves Masters already, but it takes years of training. Only a true Master can teach you the proper way. Both of you are self-taught Keyblade-Wielders. An impressive feat. However, the time has come for you to let go of preconceived notions, forget what you know about the Keyblade, and begin your training again with a clean slate. Huh? But that's a formality, right? I already proved myself. Me and the King and Riku, we can take on anything. Right, Riku? I don't know. I think that in my heart, darkness still has a hold. Walking that path changed me. I'm not sure if I'm ready to wield a Keyblade. Maybe I do need to be tested. Riku. Then count me in. Put me through the test. Just watch. Me and Riku will pass with flying colors. Very well then. Sora and Riku, let your examination begin. Tear down. Na das war ja, Informativ. So, dann gehts mal los. also ich werde jetzt noch 15 minuten dies wieder geht jetzt noch 15 minuten und da schauen wir mal wie weit dass wir da kommen ja 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 Pfft ja ich werde das cht Finde! Ha! Ha! This! Nur Silber? Okay. Huh? This is... Traverse Town. Hey, what's with my clothes? Must be more of Master Yen Sid's magic. Huh? This is... ... 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 Hey, I knew that. Don't let him surround us. Let's split up. Got it. Oh, uh... It's Neku. Huh? Neku Sakuraba, you asked. Neku Sakuraba. That's a mouthful. No, it's really not. Come on, Neku. Let's take them. Das überspringen wir auch. Es wird jetzt nicht mehr lang dauern, bis ich den Stream dann beende. So long. Man kann den Brennkloster richtig schön nutzen. Okay. Come on. Au. So. So. Oh! Blut Was? so dann machen wir mal unseren ersten geist und zwar eine so genannte wundermieze wir werden gleich mal so sagen wir da geben wir eine potion rein und erschaffen diesen geist so und ich nenne uns diese katze wie mein kleiner wie meine eigene kleine katze und zwar bagheera na die sollte man ein bisschen auf diät setzen so 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 streicheln wir ihn ein bisschen so 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 äh ja da kann man jetzt einfach so sachen auswählen ich glaube das müsst ihr nicht unbedingt jetzt lesen not so 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 ja leute so 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 und bis so 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 mit Assassin.